Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoforie.de und wir haben es schon lange nicht mehr gemacht, aber diesmal wird es wirklich bombastisch. Es geht wieder um eure Fragen und zwar zum neuen Opel Insignia Grand Sport. Es ist ja nicht so weit, wir können ihn endlich fahren. Und ganz wichtig dazu auch nur die Fragen zur Limousine. Ich nehme an, den Kombi werden wir euch noch nachliefern. Weiter geht es dann mit dem Land Rover Discovery und ihr dürft auch noch Fragen stellen zum neuen E-Golf bzw. zum Golf R. Und jetzt ganz spannendes Projekt. Ihr könnt auch schon mal anfangen, die ersten Fragen zum neuen Audi A8 zu sammeln. Wir bekommen da noch nicht die Chance, ihn zu fahren, weil schlussendlich gibt es ihn noch nicht zu sehen. Aber wir bekommen schon teilweise die ersten Innereien vom neuen Audi A8 zu sehen. Das heißt, wir gehen ins Herz von Audi und können da vielleicht schon mal die ersten Fragen mitnehmen. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Einfach alle Fragen, die euch auf der Seele brennen, unten in die Kommentarfunktionen hauen. Und wir versuchen, die da mitzunehmen und so schnell wie möglich dann in einem eigenen Video zu beantworten. Und wir versuchen, die da mitzunehmen und so schnell wie möglich dann in einem Video zu beantworten. Und wir versuchen, die da mitzunehmen und so schnell wie möglich dann in einem Video zu beantworten.